Ich hole nachher ein Futterflug. Wo? Wo? Da drüben. Ich muss da drüber leuchten. Kannst du nicht für die Wand sein? Nein, da hinten ist er gar nicht. Ja, aber der Wand ist ja höher. Das ist ja eigentlich halber. Ja, langsam. Das ist nicht für die Wand. Es kann doch gar keine Karten dabei sein. Hast du richtig Karte mitgenommen? Ja, ich war erst noch in der Welt. Lauf hat der Gäcki ausgegriffen.